Ich weiß, da war viel, viel Adrenalin dabei, ne? Mein Traum ist ja, dass du wirklich so machen kannst. Also ich würde ja auch den Rollen schneiden, dass du immer reichst. Aber den schönen Tragen und das ist eigentlich so ein bisschen... Was sagst du? So ein bisschen verlobt. Die Mädels haben mich heute Morgen so ähnlich gesehen irgendwie. Ich muss schon ein bisschen was bringen, aber ich würde auch schnibbeln lassen. Ist mir egal, hauptsächlich viel anderes. Und das Lokal von der Tonspielung ist so ein ganz klein.